Hallo meine Liebe, so schön, dass du wieder reinschaltest hier bei Wagenmütig. Ich freue mich sehr und ich muss jetzt einen kleinen Disclaimer vorweg schieben. Diese Folge wird ein bisschen anders und zwar deswegen, weil ich einfach heute mal ein bisschen Tacheles mit dir reden will und es wahrscheinlich ein liebevoller Arschtritt-Call oder eine liebevolle Arschtritt-Aufnahme wird und ich möchte, dass du das, was ich dir sage in dieser Folge, dass du das nicht persönlich nimmst, dass du nicht in die Ablehnung gehst, dass du nicht Widerstand aufbaust, sondern vielleicht einfach mal versuchst, das, was ich dir heute sagen will, in dich aufzunehmen, aufzusaugen, in dem Wissen, dass ich es wirklich voller Liebe meine, voller Wertschätzung für dich und voller Vertrauen darauf, dass du noch gar nicht das lebst und erreicht hast und tust und erfährst, was du eigentlich erfahren könntest, wenn du dein Potenzial ausschöpfen würdest. Und deswegen, ja, ist das eben heute ein kleiner Arschtritt, Wake-up-Call, wie auch immer du es nennen willst, aber wenn das das ist, was du heute hören musst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Also, let's go mit unserem kleinen Arschtritt. Meine Liebe, wenn du diesen Call jetzt heute hörst oder diese Aufnahme hörst und nach dem Intro gedacht hast, vielleicht höre ich jetzt mal weiter zu, dann gibt es diesen Teil in dir, der weiß, dass du dich gerade selber verarscht oder dass du dir einfach selber im Weg stehst. Und ich, ganz ehrlich, es frustriert mich gerade einfach unglaublich, weil ich auf so vielen Ebenen das erlebe und spüre, wie Menschen und du und ich auch, ich kenne das von mir selber auch und deswegen darf ich das auch so ehrlich sagen heute, wie du jetzt bitte aufhören kannst, dir diese ganzen Bullshit-Stories zu erzählen, warum es nicht geht, warum du noch nicht so weit bist, warum du noch diese und jene Ausbildung machen musst, warum du erst anfangen kannst, wenn, warum noch nicht der Zeitpunkt ist, um zu skalieren, warum du nicht das live machen kannst, whatever, ganz ehrlich, du hast alles, was du brauchst, um heute, hier und jetzt in diesem Moment jeden Tag eine Sache zu machen, die dich wirklich weiterbringt, die potenziell dir Kunden bringt, die dich nicht ausbremst, sondern nach vorne bringt. Und ich meine, sind wir doch mal ehrlich, wir alle haben diese Geschichten, die wir uns erzählen. Es gibt niemand da draußen, der nicht diese Storys hat von, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, die anderen wissen viel mehr, ich bin noch nicht lang genug im Business, ich kann mir das nicht leisten, ich weiß gar nicht, wie das geht. Stop it, stop it, stop it, stop it. Wirklich. Je länger du dir diese Geschichte erzählst und je länger du sie dir in allen möglichen Facetten erzählst, desto mehr wird es deine Geschichte. Und es ist nicht so, dass wenn du, wenn du das ernst meinst als Business-Ownerin, wenn du sagst, okay, pass auf, das ist irgendwie meine Vision, das ist das, was ich in die Welt tragen möchte, das ist das, wie ich mir vorstelle, wie ich leben möchte, das ist irgendwie mein Thema. Ich möchte gerne online coachen, ich möchte gerne online beraten, ich möchte Mentorin sein und ich sehe dieses Potenzial, was es da gibt und das ist meine Zukunftsvision. Ich möchte das gerne von überall auf der Welt machen können, ich möchte frei sein, ich möchte flexibel sein in meiner Zeiteinteilung, ich möchte mir mein Business so strukturieren, dass ich mit Menschen arbeiten kann, mit denen ich gerne arbeiten möchte, sowohl auf Klientenebene als auch auf Ebene meiner Mitarbeiter oder auf Ebene meiner Dienstleister, die mit mir zusammenarbeiten. Wenn das so ist und wenn du irgendwann dafür losgegangen bist oder diese Vision, diesen Traum in dir hast, dann Schätzelein, es wird nicht so sein, dass jeder Tag so ist, dass dir die Schmetterlinge aus dem Popo flattern und du irgendwie denkst, ach, ist alles, also die Energie fließt und ich finde es irgendwie alles nur großartig und ich weiß ganz genau, was ich machen soll und die Kunden lieben mich und meine Reichweite wächst und ich werde gehört und meine Meinung wird geschätzt. Also Congratulations, wenn das wirklich jeden Tag so ist und wenn quasi von Tag eins an du wie eine Rakete durch die Decke schnellst und ja, es gibt diese Geschichten da draußen, wo Coaches dir erzählen, dass das genau so gewesen ist. Aber ehrlicherweise ist meine Erfahrung, dass das ein Teil der Geschichte ist, den sie erzählen und auch die und das sagen auch die meisten, die ehrlich sind, werden die erzählen, dass sie diese dunklen Momente haben, dass sie diese Momente haben, wo sie denken, fuck, mir hört keiner zu, macht das überhaupt Sinn, was ich hier mache? Bietet das überhaupt irgendwie einen Mehrwert? Die anderen scheinen irgendwie viel besser zu wissen, was sie da machen sollen. Ich weiß noch nicht genug, vielleicht muss ich doch noch irgendwie diese und jene Ausbildung machen. Whatever it is, das haben die anderen auch und erst recht wahrscheinlich die, und das kann ich ja noch nicht mal sagen, weil ich ja keine Kinder habe, aber die, die dann noch irgendwie ein oder zwei kleine Kinder zu Hause haben, die werden wahrscheinlich noch mehr da sitzen und sagen, ja okay, sorry und wo nehme ich jetzt bitte die Zeit her, um mein Business auf die Beine zu stellen und auch die Energie und den positiven Spirit. Ich kann sagen, dass ich manchmal irgendwie quasi mit Beziehung und Freund, äh, mit Beziehung und Hund schon so bin, dass ich irgendwie denke, ja okay, ähm, irgendwie, wo kriege ich es jetzt unter? Wo mache ich jetzt meine Sachen? Wie sehr schaffe ich das, meine Freiräume zu kreieren? Wie sehr schaffe ich das, mir die Zeit dafür zu nehmen, dass ich mich ausrichte auf das, was ich will? Wie sehr bleibe ich bei mir, dass ich jeden Tag das mache, was ich machen möchte? Und es geht da ja nicht nur um die Zeit, sondern das kraftvollste, was du doch machen kannst, ist, und dafür ist dieser Wake-up-Call heute für dich, ist, dass du für dich diese Low-Momente, dass du dich in denen nicht badest und dass sie nicht der Grund dafür sind, dass du nicht weitergehst. Und dass du dir nicht anfängst, diese Geschichte zu erzählen, dass nur du diese Momente hast und dass du diese Low-Momente hast, weil irgendwas mit dir, deiner Business-Idee oder was auch immer du da gerade tust, nicht richtig ist. Weil das ist das, was dich dann am Ende komplett ausbremst, was dich lähmt und dann, wo du, selbst wenn du dann wieder hochkommst, rauskommst aus diesem Tief, brauchst du so viel Energie, um aus diesem Tief wieder rauszukommen. Dein Job ist es, anzuerkennen, dass es diese Tage und diese Momente gibt. Jeder hat diese Momente. Jeder hat die Momente, wo er denkt, Mist, wieso haben jetzt nur so und so viele Kunden gebucht? Wieso hat kein Kunde gebucht? Wieso funktioniert meine Ad nicht? Wieso komme ich nicht mehr in den Newsletter? Wieso steigt meine Reichweite nicht? Wieso? Wieso? Und es ist aber ein himmelweiter Unterschied, ob du dann in dieses Tief, in dieses emotionale Tief reinfällst und dich darin badest und dann irgendwie sagst, das klappt alles nicht, ich habe es ja gleich gewusst, das ist alles irgendwie eine riesengroße, einfach eine große Geschichte und so einfach geht es halt irgendwie doch nicht und ich bin vielleicht einfach nicht dafür gemacht, Online-Unternehmerin zu sein. Nein, 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 das ist der völlig falsche, also dann biegst du gerade in die völlig falsche Richtung ab. Es gibt für alle Sachen, die du, wo du gerade hakst, gibt es jemand, der sich auskennt. Es gibt Menschen, die du fragen kannst. Es gibt Coachings, die du buchen kannst. Es gibt Leute, die einfach in deinem Netzwerk vielleicht sind, die schon weiter sind als du. Es gibt für diese Sachen, diese Probleme, die du da gerade hast oder diese Stellschrauben, an denen du gerade stehst, gibt es Menschen, die du fragen kannst. Aber das, was dein Job ist, ist, dass du nicht anfängst, dir selber diese Geschichte zu erzählen, dass mit dir irgendwas nicht stimmt und dass das grundsätzlich eine falsche Idee ist oder dass das grundsätzlich nicht funktionieren kann. Manchmal gibt es einfach diese Momente, wo du, Entschuldigung, die Arschbacken zusammenkneifen darfst und einfach weitergehst und weitermachst und umsetzt und du weißt wahrscheinlich ganz genau, was der nächste Schritt ist. Du weißt, ob du dir 150 andere Aufgaben auflädst, damit du dich nicht um deine eigentliche Aufgabe kümmern musst und dann findest du wahrscheinlich irgendwie hervorragende Ausreden, warum jetzt gerade die Kinder dran sind, warum jetzt gerade irgendwie noch dein anderer Job dich fordert, warum du dich jetzt noch um, keine Ahnung, was den nächsten Kindergeburtstag kümmern musst, um die nächste Vereinsparty, wo noch die Gelande gemacht werden muss, warum jetzt gerade deine Mama dich braucht oder deine Freundin oder was auch immer. Es kann sein, auch sehr beliebt, dass du immer wieder was Neues anfängst, dass du immer wieder sagst, okay, nee, dann hat das Programm, hat jetzt nicht funktioniert, dann mache ich jetzt ein Neues, dann denke ich mir jetzt wieder was anderes aus, vielleicht brauche ich noch einen anderen Schwerpunkt. Okay, also nochmal alles auf Null, ich fange wieder von vorne an. Damit verwirrst du nur dich und alle anderen. Auch einfach nur eine quasi Schleife, in die du reinfällst. Und genau so ist es eine Schleife, wenn du anfängst, dir auf einmal zu sagen, es hat alles irgendwie keinen Sinn, es wird nie was, ich bin nicht für deinen Erfolg gemacht, ich kann das einfach nicht. Es kann sein, dass du weißt, dass du zum Beispiel dich jetzt nicht ablenkst, nicht durch andere Menschen, dass du dich nicht ablenkst durch neue Programme, aber dass du tatsächlich trotzdem ein bisschen die Vogelstrauß-Taktik fährst, weil du dich zum Beispiel gar nicht zeigst, weil du gar nicht voller Begeisterung und voller Überzeugung von deinem Programm erzählst, von deinem Kurs erzählst, von deinem Angebot erzählst. Und wie sollen denn die Menschen irgendwie auf dich aufmerksam werden? Wie sollen sie denn deine Energie spüren? Wie sollen sie denn irgendwie wissen, ob sie mit dir zusammenarbeiten wollen, wenn du dich gar nicht zeigst? Und ja, jetzt kannst du dir natürlich noch dreimal die Geschichte erzählen, dass du aber eher der Introvert bist und dass du halt irgendwie auch nicht so gerne, dass das jetzt nicht so dein Ding ist. Ja, sorry, aber ich meine ganz ehrlich, wenn du dir am Anfang überlegt hast, dass Online-Business deins ist und dass du diese Freiheit schätzt und dass du das gerne machen möchtest und dass du eine Botschaft hast und dass es da draußen Menschen gibt, denen du helfen möchtest mit dem, was du schon erlebt hast und was du kannst und was du weißt, dann it's verdammt nochmal your fucking job, da irgendwie einmal durchzugehen und zu sagen, okay, dann finde ich es vielleicht jetzt gerade noch doof, live zu gehen und mich zu zeigen, weil ich da einfach noch ein bisschen reinwachsen muss. Aber mit jedem Mal, mit dem ich es mache, wird es einfacher. Und dann machst du das einfach. Weil es wird auch nicht besser, wenn du es nicht machst. Und es ist ein totaler Trugschluss anzunehmen, dass wenn du erstmal in dir dieses Gefühl hast von, das ist meine Idee, das ist meine Vision, das möchte ich gerne umsetzen, dass es dann auf Dauer einfacher für dich ist, die Dinge nicht umzusetzen, weil dann in deinem kleinen Kämmerlein zu bleiben, dich in deinem Schneckenhaus zurückziehen, ist nicht deine Komfortzone. Das fühlt sich nämlich nicht mehr komfortabel an, weil du ja genau weißt, dass du dich eigentlich selber verarscht. Entschuldigung, aber ich, ganz ehrlich, go, go, go. Du hast alles, was es braucht. Und wenn du gerade so bist, dass du irgendwie denkst, ich weiß aber vielleicht nicht genau, was der nächste Schritt ist, ich brauche irgendwie jemanden an meiner Seite, ich möchte gerne jemanden haben, der mich unterstützt, der mich an die Hand nimmt, der mir sagt, was der Next Step ist, der mir hilft, eine Webseite zu bauen, der geile Kontakte hat zu jemandem, der gute Anzeigen schalten kann auf Facebook und Instagram, dann, ja, dann kann ich dir nur sagen, dann buch die Soul Business Mastery, aber buch sie bitte nicht aus dem Mangel heraus, dass ich dir das abnehme, weil das kann ich nicht, das ist dein Weg, das ist dein Business, das ist dein Soul Business, dafür musst du brennen, du musst dafür losgehen. Und wenn du einen klaren Ruf in dir verspürst, weil du Bock hast, mit jemanden zusammenzuarbeiten, sei es mit mir bei der Soul Business Mastery, sei es mit irgendjemand anders, dann mach das, dann mach dir das möglich und dann go for it. Aber mach es nicht aus dem Gefühl heraus, dass irgendjemand anders dir das dann abnimmt und dass du quasi unterbewusst den oder diejenige dafür verantwortlich machst, dass dein Business jetzt erfolgreich werden muss. Das kann kein Coach, kein Mentor dieser Welt kann das schaffen. Und das wäre auch einfach überhaupt nicht cool, weil irgendwann hört das ja auf, irgendwann ist der ja nicht mehr da. Und dann musst du es ja auch alleine machen. Und du willst es ja auch alleine machen. Du willst doch aus dir heraus den Erfolg. Du willst doch selber irgendwie dieses Gefühl bekommen, dass du voll in deiner Kraft bist, dass du, wie machtvoll du bist, wie kreativ du bist, wie sehr du irgendwie dein Leben so gestalten kannst, wie du das haben möchtest. Und wie geil das dann auch einfach ist, wenn dann darüber irgendwie Geld fließt und es dir auch finanziell gut geht. Und du irgendwas machst mit Impact und Freude und dann auch noch in finanzieller Fülle. Aber das kannst du ja nur haben, wenn du das dann auch selber aus dir, aus deiner Kraft heraus schaffst. Es kann dich jemand an die Hand nehmen und es kann dir jemand die Schritte zeigen, aber es kann niemand für dich den Weg gehen. Amen. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt und es musste heute einfach mal irgendwie raus, weil ich das Gefühl habe, ja, manchmal, mancher muss man auch einfach irgendwie sagen, okay, fuck it, es ist gerade irgendwie blöd, es ist vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, es ist gerade eine Phase, die ein bisschen schwierig ist. Aber genau jetzt ist der Wendepunkt. Jetzt ist der Wendepunkt, wo es wieder anders wird, wo es aufwärts geht, wo die nächste Kundin bucht, wo ich genau in mich rein spüre, was mein nächster Schritt ist, wo ich weiß, was ich tun muss, wo ich weiß, wo mein nächstes Wachstumspotenzial drinsteckt und dann mache ich es einfach. Watch me. Weil ich verdammt nochmal dieses erfolgreiche Business will, weil ich diesen Erfolg will, weil ich den Impact will, weil ich diese Mission will und deswegen kann mich einfach gar nichts aufhalten. Punkt. So. Das Wort zum Sonntag sozusagen oder das Wort zum Donnerstag. Und wie gesagt, im Intro habe ich es ja auch schon gesagt, es ist total liebevoll gemeint. Es ist wirklich voller Liebe und Fürsorge für dich und deinen Traum. Und ja, ich habe es ja gerade schon in der Folge gesagt. Wenn du aus der Freude heraus Bock hast, jemanden an deiner Seite zu haben, der diesen Weg schon gegangen ist, der es schon geschafft hat, sechsstellige Monate zu haben, der einfach auch schon viele Schleifen gedreht hat und festgestellt hat, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert, dann go. Buch dir einen Call. Wir gucken, ob die Soul Business Mastery für dich das Richtige ist. Gerade hast du sogar noch Expression mit dabei, das geile Programm, wo du irgendwie auch noch super coole Instagram Slides bekommst, ein cooles Fotoshooting in Frankreich und noch die Energie der Gruppe. Also es ist einfach so ein geniales Paket gerade. Und ja, es bleibt mir nur zu sagen, your turn. Wenn du das fühlst, schreib mir, buch dir den Call. Lass uns was Großartiges kreieren und 2023 zu deinem Wendepunkt machen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Bis dieses Jahr. Bis nächste Woche. Vielen Dank.